Hallihallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Shin Megami Tensei 5. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, hallihallo meine lieben Zuschauer und damit herzlich willkommen zurück zu Shin Megami Tensei 5. Warte nochmal. Ja, hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shin Megami Tensei 5. Ja, beim letzten Mal hatten wir nicht das allerbeste Ending rausgeholt. Ja, die liebe Sahuri ist leider verreckt. Ich habe vergessen, meine Monster hier zu heilen seit dem letzten Kampf. Das wollte ich eigentlich auch so okay machen, aber habe es nicht getan. In der Kadaverkaverne ist irgendwas neu. Okay, muss ich direkt reinschauen. Was gibt's denn Neues bei dir zu kaufen? Ah, mittlere HP-Heilung kann ich jetzt bei dir kaufen. Könnte ich mir ehrlich gesagt sogar gönnen. Sonst irgendwas? Nee. Dann haue ich mir mal eben kurz mein Inventar abholen, wenn ich schon hier bin. Weil es ist ja nix. Und eine Essenz offenbar noch. Aber hier würde ich mal zum Verkaufen dabei. Nicht, dass es wert wäre. Ja, Sahuri ist gestorben, unsere Heilige ist gestorben. Bestes Ending. So, und jetzt sollen wir zum Parlamentsgebäude zurück, soweit ich das verstanden habe. Ich weiß nur nicht, ob in Tokio oder hier generell. Ich denke aber eher in Tokio. Dann müssen wir zurück. Sofort, da muss ich rein, ne? Welchen Team ich jetzt dabei habe, ist gerade, glaube ich, egal. Ja, das ist auch richtig schlimm. Kann ich immer alles Göttlaufende? Das bin ich ungefähr. Ja. Aber er wollte sie definitiv nicht für das Gute nutzen. Ist das eine Adam und Eva Geschichte? Okay. 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 Und das ist wahrscheinlich nicht gut. Gute Frage. So, und wie löschen wir jetzt das Gedächtnis von denen, die jetzt einen Traum erlebt haben? Will er sich entschuldigen wieder, oder was? Also ja, das ging überhaupt nicht gut aus, ne? Ich tausche mein Team jetzt gerade übrigens nicht um, weil es eh sinnfrei wäre. Ich wüsste nicht, warum ich jetzt mein Team umtauschen sollte, wenn ich jetzt eh nicht kämpfen muss. Mache ich dann nach der Aufnahme hier. Mit den Trullis hier muss ich nicht sprechen. Ich muss nur nach rechts, ne? Da. Genau da will ich hin. In das Wohnheim. Da ist eine Autobahn. Ich dachte, das wäre ein Weg. Ich war so lange nicht mehr in Tokio. In Real Life war ich noch nie in Tokio übrigens. Und hab's auch nicht vor. Aber Aogami und ich sind doch eigentlich auch hier, Naubinus. Hm. Es ist eine gute Frage, ne? Ja. Hat der Gemobbten halt nicht geholfen. Hätte man ihr geholfen, hätte das wahrscheinlich anders ausgehen können. Äh, ich glaube, ich bin euch ein bisschen voraus. Nicht dich selbst unterschätzen. Ich muss stärker werden. Aber nicht vergessen. Du hast den Protofiend von Bethel auf deinem Bein. Ich werde dich auf alle Kosten unterstützen. Okay. Begültig von welchen Ziel, die du haben möchtest, ich werde sehen, dass sie zufrieden sind. Das, ich wünsche. Also entscheide ich, wie du wirst. So was finde ich schön. Es ist aber trotzdem traurig, dass ich nichts ändern konnte. Okay. Hm, jetzt gehen wir in die Offensive. Irgendwas wird passieren, dass wir es doch sind, hinterher. Ich wette es. Oh, okay. Oh, uh. schädigern gegenstehen Tokio ist als sie in die Zeit zu bieten heilig ist so und da ich doch irgendwie kommen trotzdem dazu die Ursache ist die Karte Tokio okay Okay. Oh, der Dämonenkönig. Wurde ich isenkalt? Hilft er mir denn im Kampf, oder ist er einfach nur Begleiter? Also, ich weiß ja, wohin. Mit den Hauptcharakteren rede ich hier jetzt noch mal. Das würde ich auch gerne wissen, um ehrlich zu sein. Da sei. Ich hoffe, du kommst mit der Mission klar. Bin ich hier nicht eher der Musterkrieger? So, jetzt kann ich übrigens mein Team ändern, weil jetzt müssen wir auch mal wieder in den Kampf ziehen. Meine Sehjungfrau kommt natürlich in mein Team, weil sie ist irgendwie Standard geworden. Manangal. Und Gewalt. Der mein Engel ersetzt hatte. Der auch richtig stark ist. Der hat sogar so einen richtig heftigen Lichtangriff. Ach, ich bin generell innenruhiger. Ich wollte mitmachen. Ja, Konflikte bin ich kein Freund von. Und damit habe ich meinen Therapeuten gefunden. Wieder was neu? Ich glaube, ich habe auch schon alle Miemanns bei dem einen Gebiet eingesammelt. Ne, einen habe ich noch nicht geholt. Oh, Magieentzug-Juwel kann ich jetzt kaufen. Und ein paar neue Essenzen. Okay. Aber ich glaube nicht, dass ich die überhaupt haben will. Von den Magieentzug-Juwelen brauche ich auch keine kaufen, weil von denen habe ich mehr als genug. Ich will einmal kurz in die Karte gucken. Welchen habe ich vergessen? Also Leute, ich habe da jetzt einmal kurz geguckt, ne? Also, ich bin jetzt hier doch beim Parlamentsgebäude. Ich habe geguckt, wo der hätte sein können. Und... Nicht auf der Karte gesehen. Ich muss das ausgehen gucken. Wir gehen jetzt einfach hier raus. Und haben Spaß. Habe ich jetzt zumindest gehört. Hallo, meine Freunde. Ich gehe mal raus. Oh, die Hüter. So. Hier jetzt nach links. Weil jetzt sollen wir hier unten auch mal durchkommen. Ach, warte mal. Wenn ich schon hier bin. Der kleine Queregeist gammelt hier doch bestimmt irgendwo. Beim letzten Mal hat der hier vorne gegammelt. Der kleine Mädchen zu mitnehmen, das mir alle Dinge aufdeckt. Jetzt ist sie aber anscheinend nicht mehr da. Eventuell kommt die gleich wieder. Ist eigentlich auch nur dafür da, dass man diese komischen Evangeliums und Grimoire findet. So. Hier einfach durch. Und dann kommen wir in ein neues Gebiet. Wir sind in Ginza. Eine Ebene, die sehr zerstört aussieht. Ja, hier tobt ein Krieg. Enge gegen Dämonen. Was sind denn das für Viecher? Oh Gott. Hallo. Ich mach trotzdem mit. Wolle her, für euch. Ich reg die wahrscheinlich weg. Ja, da ist ein Drachenlinienquill. Gönne ich mir. So, jetzt kann ich mich hier importen. Beim nächsten Mal. Aber ich würde sagen, wir machen hier jetzt fürs Erste immer Schluss. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.